Im Ostseepark Schwentinenthal befindet sich das großzügig angelegte chinesische Spezialitätenrestaurant Phoenix. Die vielen kleinen Tischgruppen laden zum genüsslichen Verweilen ein und vermitteln direkt vor den Touren Kiels ein Stück chinesischer Urlaubsidöle. Alle Speisen werden, soweit möglich, mit frischen Zutaten zubereitet, wie es in der fernöstlichen Küche üblich ist. Das Mittags- und Abendbuffet lässt dabei keine Wünsche offen. Neben den vielen bekannten traditionellen Speisen bietet das Restaurant Phoenix auch das eher Außergewöhnliche und das alles zu familienfreundlichen Preisen. Für Gesellschaften, Familienfeiern und Versammlungen stehen zusätzliche Räume für bis zu 100 Personen zur Verfügung. Ein besonderer Clou ist das Grillbuffet, bei dem sich die Gäste ihre außergewöhnlichen Speisen selbst zusammenstellen, die anschließend von den chinesischen Köchen im Restaurant zubereitet werden. Das Spezialitätenrestaurant Phoenix in Schwentin im Tal, chinesische Kochkunst von Feinstein.